Servus in diesem Video und heute bin ich noch mal hinter der Kamera und meine Freundin wird heute das erste Mal mit dem Teil da fahren. Auf dem Tört Parcours. Schaut ihr, was David ist, geht's? Ja oder mein? Ja. Ja rechts und links, was David mir lenkt und Gas, was da. Aber schau einfach, dass es nicht schnell... Schau einfach, dass es bitte nicht... Das Auto filmen. Was? Film doch das Auto. Schaut sie, schau einfach, dass du nicht schnell über Schanzen fährst, ok? Jetzt schon. Gleich das Auto hin und ich kann es da nicht haben. Oh, da will ich hin. Jetzt bist du gegen ein Baum gefahren. Mhm. Ja, jetzt kannst du hingehen das Auto richten. Nein, ich halte die Kamera. Fahr mal zurück. Ja, viel Spaß. Du, du gehst. Nein. Warum ich? Ich habe viel gegen einen Baum gefahren. Aber warte noch. Warte noch. Da geht's. Da geht's. Ich fahr einmal zurück und spring voll über die Schanzen. Da, Schatzi. Schau. Voll Gas. Fahr zu... Ey, du wüsst. Kann ich mir rein. Ja, warte, da bist du zu langsam. Du musst... Nein, das ist... Schatzi, schau. Wenn du Gas gibst, dann springst du in den Busch rein. Du musst da raufzufahren. Da, da. Ja, genau. Und dann richten aus mit der Schnauze zu mir. Ja, bleib stehen. Oder, was machst du? Geht in den Rückwärtsgang. Weil du vorher stehen bleiben musst, dass der Rückwärtsgang reingeht. Fahr rückwärts. Ja, so. Warte. Geht. Ein paar Gleiser hin. Boah, nicht einmal. Voll. Boah, ich fahr fast so weit. Boah. Spring du einmal voll drüber. Boah. Hey, verschil dich einmal da her. Zu mir. Und dann springst du da rauf. Ich fahr nicht ziemlich gut. Boah. Warte. Ja, da ein wenig zurück. Und dann springst du auf 4. Die geht aber auf 4. Ey, Schatzi, aber ohne Scheiß. Du lenkst schon voll gut. Du fährst besser wie ich. Ja. Weiß ich. Alter, da springst du voll Gas. Kannst du einfach voll Gas geben. Mir wurscht. Aber du fährst besser als ich. Aber schau, dass du den Sprungschatzen erwischt. Geht schon. Mach nur einmal. Oja, was machst du? Ich brauche nicht mit den Leibnizern. Warum nicht? Nein. Danke. Schön. Alter, fahr einfach rückwärts. Und lenkt nach links. Da springst du jetzt voll drüber. Ja. Ja. Das war aber nicht voll Gas gerade. Alter, was machst du? Ja, da. Siehs Springen. Es geht die ganze Zeit. Nein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt ist auch fixin. Ah ja, übrigens ist da der Raufen schon runtergegangen. Das haben wir gar nicht im vorigen Video erzählt. Dass der Raufen auch runtergegangen ist. Weil der Hund halt extrem viel aus. Ohne Scheiß. Und wie taugt dir das Hobby von mir? Fahr'n mal fahren. Gefällt dir auch, gell? Autofahren. Jetzt tut mein Schatz das Auto noch ausschalten. Rechts oder links ist ein kleiner Knopf. Aber du musst aufpassen. Weil der reißt viel schnell an. Rechts oder links? Oder wenn du da reinschauen musst, dann ist er da auf der Seite nicht. Ja, da ist der Dings. Da da. Ja. Nach links. Ja. Super gemacht. Ja. Jetzt mach ich nur die Hand mit. Jetzt nimmst du das Auto noch in die Hand. Und ich mach ein Foto. Geil, oder? Warte. Ich muss die gescheit in die Kamera holen. Das Auto muss weiter weggehen. Jetzt muss ich wegziehen. Warte, das Auto hat nicht einmal 5 Kilo. Fuck. Jetzt mach ich so ein Foto.